Mega-Erfolg für Joey Heindle. Der Sänger und Reality-TV-Star hat bei The Masked Singer Switzerland abgeräumt. Der Sänger wurde erstmals 2012 durch seine Teilnahme an der beliebten Castingshow DSDS bekannt. Dort konnte er sich den fünften Platz sichern. Seitdem macht er nicht nur als Musiker auf sich aufmerksam. Im Jahr darauf wurde er zum Dschungelkönig gekürt. Jetzt konnte sich der Münchner einen weiteren Sieg sichern. Als Tukan verkleidet, gewinnt Joey The Masked Singer Switzerland. Aus diesem Anlass meldete sich der 29-Jährige via Instagram mit einem Statement bei seinen Followern. Joey konnte sein Glück kaum fassen. Ich glaube es nicht, ich habe wirklich The Masked Singer Switzerland gewonnen. Für ihn habe der Sieg eine ganz besondere Bedeutung. Nach zehn Jahren so einen Preis zu gewinnen. So eine Riesenshow, eine Charaktershow, das ist wirklich wie ein Oscar oder wie ein Echo, egal, es ist ein krasser Gewinn. Ich konnte allen zeigen, was in meinen Stimmbändern liegt und wie ich singen kann. Ich habe es tatsächlich geschafft und das ist für mich nach zehn Jahren so ein Erfolg. Zudem richtete Joey liebe Worte an seine Fans und bedankte sich für die Unterstützung. Denn ohne sie sei das nicht möglich gewesen. Vielen vielen Dank an euch da draußen, an die Schweizer Community, an die Fans und auch an die deutschen Fans, betonte er. Gemeinsam mit Kollege Luca Henni wurde der Riesenerfolg im Anschluss auf der Aftershow-Party noch gefeiert. Der wusste nämlich die ganze Zeit, wer hinter der Tukan-Maskierung steckte. Vielen Dank an euch da.